hallo leute und herzlich willkommen zurück zu neuen shop video hier auf meinem kanal wenn euch diese ganzen videos gefallen und ihr in zukunft auch kein video mehr verpassen wollt dann lasst gerne ein abo und like da und wahrscheinlich wenn dieses video online kommt wird auch direkt das stream online gehen dort werde ich versuchen möglichst weit hoch zu pushen im marina modus du solos je nachdem ob ich mit dem du mate zusammenspiele 40 punkte sind es noch bis division 7 bis zur champions liga sollte ich auf jeden fall schaffen denke ich und ja jetzt würde ich sagen es wird schon wieder ein item shop und gucken was dort so alles neu ist gegen oster skins dran ist jetzt auch nicht allzu von also unvorstellbar heute ist morgen ist karfreitag und ich würde sagen wir gehen auch direkt auf linken seite ist auch eine neue neue skin finde ein schade dass das kein stil ist vom bullseye skin weil das genau der gleiche helme ist genau gleich und das gehen auch im prinzip genau gleich angezogen sieht aber auf jeden fall extra cool aus wie ich finde hier mit dem schön blau und den grünen schuhen um so ein bisschen pink sieht ganz nice aus kann sich auf jeden fall kaufen 800 feedback screen 4 auch vollkommen klar die spitzhacke finde ich ja richtig cool nach und coolen werkzeug effekt ich glaube ich einfach cool das passt wirklich gut zu ostern oben mit dem eil wirklich coole spitzhacke auch nur grün dann haben wir die überschalt skins von gestern sind eigentlich ganz cool ja es gibt ja auch verschiedene stile davon kann hier alle kaufen oder man musste einkaufen hat dann direkt alle setzt sich dazu auch noch das reaktive backpack also genau ist nur reaktiv hat keine verschiedenen stile und sieht auch ganz cool aus wie ich finde dann gibt es dazu passend den zielsicher gleiter ist ja nichts besonderes eigentlich 500 feedbacks gehen dafür eigentlich nicht der beste gleiter dann haben wir die lackierung verstohlen ist schwarz sieht auf jeden fall cool aus als wirklich nicht komplett schwarze lackierung ist viele waffen elemente ja schon schwarz sind dann hat man im prinzip so eine ganz schwarze waffe kann zum beispiel auch eine black scar wirklich haben ja sieht auf jeden fall ganz cool aus finde ich noch besser als die luft kampf lackierung sieht jetzt meiner meinung nach nicht ganz cool aus ich finde die farben nicht ganz so cool deshalb würde ich euch eher zur verstohlenen schwarz lackierung geraten aber raketen rodeo war auch schon lange nicht mehr im shop ist auf jeden fall ganz cooler im mode allerdings finde ich achten 800 v bucks eigentlich dafür ein bisschen übertrieben und viel zu viel aber die sichel schläger spitzhacke ist eigentlich ganz coole spitzhacke hat eben halt auch den sichel sound allerdings ja wenn man die sichel hat braucht man im prinzip das gar nicht mehr so wirklich kann sich trotzdem kaufen ist eine ganz coole spitzhacke kann dann gibt es hier die sturmtrupperin klassischer ramirez ist aber eigentlich ganz cool generell ramirez skin ist ja ein relativ schwitziger skin kann sich kaufen wenn man noch so ein no skin den ähnlichen haben will da haben wir den einsicht charakter hinten der sniper rucksack sie er sieht auf jeden fall ganz cool aus wenn man das so mag mit diesem camouflage look ja kann man sich dann kaufen wenn man sich so mag sollte man sie erlassen aber elektro swing im mode ist ein coole mode wie ich finde cooler beat kann man sich wirklich sehr gut kaufen und dann haben wir noch als letztes eine neue lackierung auch vom pastell patrouille set genauso wie das ging schon darauf sieht es jetzt nicht als cool aus generell würde ich sie mir nicht kaufen weil einfach diese lila und effekt weil diese lila ja das lila hat sieht einfach nicht cool aus meiner meinung nach ich bin jetzt aber auch kein lila fan zumindest nicht in dieser variante deshalb ja eher nicht so heute werden ja wahrscheinlich die neuen helden drin sein und wir haben das waffen lama und upgrade lamas zwei stück ist auf jeden fall ganz cool sorry wir haben das waffen lama noch lohnt sich finde ich eigentlich gar nicht so wirklich wir können ja mal gucken was denn hier rauskommt die erste lama war jetzt nichts besonderes aber wenn man da zum beispiel als zweitesten legendäres hätte dann wäre das schon besser als waffen lama weil die waffen im waffen lama wirklich nicht gut sind die einzig oder die besten waffen sind eigentlich immer event waffen wir haben heute zum beispiel den ostereierwerfer darin ja ich glaube der ist nichts als besonderes ist glaube ich auch nur ein riskant vom normalen eierwerfer sonst habe ich hier zwei hydraulische waffen ja sonst ist besonders auf der linken seite haben wir die plüschige rabauken wenn man eine schockwelle macht dann lässt die drei eierbomben fallen von denen jeder 162 schaden macht grundschaden macht wenn man sie ein kommandant hat und ich glaube das kann wirklich stark sein aber der wird sich ich denke mal der lohnt sich skin ist auch ganz cool haben wir noch den sozusagen passende ninja dafür der hatte eben halt eierbomben wenn man kunagewitter ist nicht ganz so stark trotzdem kunagewitter ist ja glaube ich an sich schon stark und 111 sind immer noch extrem viel schaden ich glaube das sind wirklich ganz coole ja helden und wenn man gerne scharfschützengewehre spielt und dort ein bisschen mehr kritischen schaden braucht dann kann man sich den hier kaufen ist allerdings ein älterer charakter ist jemand ein sniper charakter fast jeder charakter hat ja immer so seine eigenen sachen wofür der gut ist ja lohnt sich auf jeden fall das war so ein shop review und ich hoffe ihr schaut beim streamen dann nachher noch vorbei oder beim nächsten video und bis dahin auch ciao